Wie gehe ich mit Anfechtung um? Was mache ich, wenn ich mitten in einer Anfechtung stecke? Und was ist überhaupt Anfechtung? Dazu möchte ich euch heute gerne eine Geschichte erzählen aus der Bibel, und zwar die Geschichte von Hiob. Und man kennt die Geschichte von Hiob ja als die Geschichte des großen Leids. Aber ich möchte sie euch heute unter einem anderen Vorzeichen erzählen, nämlich, was können wir eigentlich aus dieser Geschichte über Anfechtung erfahren? Und wenn es uns auch so geht, wie können wir dann mit Anfechtung umgehen? Vielleicht bist du jetzt nicht ganz so bibelfest wie andere und fragst dich Hiob. Irgendwie schon mal gehört, aber ganz so sicher bin ich mir nicht. Also Hiob ist einer der frömmsten Menschen, den die Welt jemals gesehen hat. Hiob lebte 100 Prozent für Gott. Der war so bei der Glaubenssache voll und ganz dabei. Und eines Tages geht der Satan, der Teufel, zu Gott und sagt, naja, naja. Also mag ja sein, dass der Hiob so fromm ist, aber da hat sie auch ehrlich gesagt ziemlich einfach. Also du hast ihn doch so reich beschenkt, Gott. Du hast ihm tolle Kinder gegeben, auch zuckersüß wie aus dem Bilderbuch und er ist reich und er hat eine tolle Frau. Ey, wenn es einem so gut geht im Leben, natürlich glaubt er an dich. Aber Gott, wenn du die Geschenke zurücknimmst, dann wirst du sehen, wie der Glaube von Hiob sofort in sich zusammenbricht. Und ich finde, das ist natürlich krass, aber irgendwie hat der Satan da ja ein Punkt, oder? Also würdest du an Gott glauben, wenn du seine Geschenke nicht mehr hast? Liebst du Gott um seiner selbst willen? Einfach, weil er Gott ist und nicht nur wegen der Geschenke? Also das erinnert mich so ein bisschen wie früher in der Kindheit. Da gab es ja so Kinder manchmal in der Klasse, die hatten ein vollgestopftes Kinderzimmer mit allem Spielzeug und die neueste Spielekonsole. Und natürlich wollten sich alle mit dem Kind verabreden. Trotzdem war die Frage da, wegen der Freundschaft zu dem Kind oder weil das Kind so tolle Sachen hatte? Und man kann ja fragen, ob wir es eigentlich manchmal mit Gott ähnlich machen. Gott ist der Geber aller Gaben. Aber liebst du den Geber an sich? Oder liebst du ihn, weil er der Geber von so tollen Gaben ist? Und das Schräge an dieser Geschichte hier ist, dass Gott sich darauf einlässt, auf diese Wette quasi, auf diesen Test, den der Teufel vorschlägt. Gott nimmt seine Geschenke zurück. Hiob verliert sein Reichtum, also das, was damals Reichtum war, seine Kamele, seine Schafe, sein Vieh. Und Hiob verliert, und das ist ungleich schlimmer, seine Kinder. Bei einer Naturkatastrophe kommen alle seine Kinder ums Leben. Würdest du Gott treu bleiben, wenn er seine Geschenke so zurücknimmt? Hiob tut das. Hiob bleibt treu. Hiob hält in all dem an Gott fest. In dieser Anfechtung, wenn die Geschenke zurückgenommen werden, hält Hiob an Gott fest. Und dann ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Sie geht weiter. Das zweite Kapitel des Hiob-Buches, die Grundlage für diese Predigt, die möchte ich euch einmal gerne vorlesen, weil das echt spannend, ziemlich krass auch ist, was da passiert. Ich lese es euch einmal vor. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht auf mein Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest wie törichte Frauen reden. Haben wir gutes Empfang von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Und sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht. Und erhoben ihre Stimme und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid. Und sie warfen Staubgenhimmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm. Denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Krasse Geschichte, oder? Also es ist noch nicht zu Ende nach dem Drama von Kapitel 1, sondern der Teufel geht nochmal zu Gott und macht irgendwie wieder einen Punkt. Er sagt, naja, du hast zwar fast alle Geschenke zurückgenommen, Gott, aber halt auch nur fast. Seine Gesundheit hat Hiob ja noch. Der ist ja nach wie vor ein quietschfideler Mann. Nimm das zurück und du wirst sehen, er flucht dir ins Angesicht. Und ich finde, wieder hat der Teufel ja irgendwie einen Punkt, weil, also wie viele Menschen kenne ich, die sagen, Hauptsache gesund. Also mag sein, dass das und das alles nicht läuft, aber Hauptsache gesund. Aber was ist, wenn du nicht mehr gesund bist? Wenn dir deine Gesundheit genommen wird oder einem Menschen, der dir sehr nahe steht, hältst du dann weiterhin an Gott fest in dieser Anfechtung? Gott lässt sich wieder auf den Test ein. Hiob wird krank und wir wissen nicht ganz genau, was das für eine Krankheit ist, aber das Hiob-Buch ist lang, 42 Kapitel und man kriegt so nebenbei immer einen Überblick, wie es Hiob körperlich geht. Ich lese euch mal ein paar Auszüge vor. Hiob hat böse Geschwüre von Kopf bis Fuß. Seine Haut wird rissig. In den Wunden setzen sich Würmer fest. Die Haut wird schwarz. Hinzu kommen Schmerzen und Fieber. Ganze Gliedmaßen drohen abzufallen. Hiob kann kaum noch sehen. Er kann kaum noch schlafen. Und sein Atem stinkt. Herzlichen Glückwunsch. Und mit all dem kauert Hiob nun draußen vor dem Dorf in der Asche. Vielleicht, weil er so ansteckend ist, dass er nicht mehr ins Dorf zu den anderen kann, also allein ist. Und er schabt sich mit einer Scherbe so seine Wunden, um irgendwie vermutlich den Schmerz zu lindern. Und ich finde, das ist doch so sprechend oder so sinnbildlich, diese Scherbe, weil eben jetzt sein Leben zerbrochen ist. Würdest du an Gott festhalten, wenn er dir deine Gesundheit nimmt? Wie Hiob? Aber damit nicht genug. Es geht weiter. Das Nächste, was zerbricht, ist Hiobs Ehe. Denn seine Frau, ich meine, man muss sich das vorstellen, das sind ja auch ihre Kinder gewesen, die da gestorben sind. Seine Frau ist verzweifelt. Und man merkt ihr diese Verzweiflung an, an der Art und Weise, wie sie spricht. Also man könnte ja sagen, und das ist so brutal, dass Hiob nun auch noch seine Frau verliert, weil wir doch manchmal sagen sowas wie, Hauptsache, ich habe noch einen Partner. Hauptsache, ich habe jemanden, mit dem ich durch dick und dünn gehen kann. Und dann kann auch die Welt zusammenbrechen. Und das ist ja so ein Motiv in so vielen Liebesfilmen. Also wir beide gegen den Rest der Welt, solange wir uns haben. Aber auch das hat Hiob jetzt nicht mehr, weil seine Frau verzweifelt ist. Man merkt das an ihren Worten. Sie sagt oder sie fragt besser Hiob, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Und das Interessante ist, das ist eine Formulierung, die ein paar Verse vorher Gott schon benutzt hat. In seinem Urteil über Hiob hat er gesagt, Hiob hält fest an seiner Frömmigkeit. Und was nun der Frau in ihrer Verzweiflung hier passiert ist, dass hinter Gottes Urteile Fragezeichen kommen. Und das ist einer der schlimmsten Dinge, die uns passieren können. Einer der größten Anfechtungen, die wir kommen können. Wenn hinter Gottes Urteilen auf einmal Fragezeichen stehen. Gott ist mein liebevoller Vater. Ist Gott wirklich mein liebevoller Vater? Gott ist treu an meiner Seite. Ist Gott wirklich treu an meiner Seite? Reicht das Blut von Jesus wirklich aus, um alle meine Schuld zu bedecken? Hinter Gottes Urteilen stehen auf einmal Fragezeichen. Und Hiob's Frau ist in dieser Anfechtung gefangen. Und sie gibt diese Anfechtung an Gott weiter und setzt hinter Gottes Worte Fragezeichen und gibt auch das wieder, was der Teufel oben gesagt hat. Und er hatte gesagt, Hiob wird dir in dein Angesicht fluchen. Und das ist, was sie Hiob als letzten Rat mitgibt. Fluch doch Gott in sein Angesicht und stirb. Also vielleicht sogar sowas wie, nimm dir doch das Leben. Es nützt doch eh nichts. Was macht Hiob? Hiob klammert sich weiterhin an Gott fest. Und mich erinnert das irgendwie so an dieses alte Eheversprechen. Vielleicht kennt ihr das, in guten wie in bösen Tagen. Es ist, als ob Hiob sagt, Gott, ich gehe mit dir durchs Leben. Ich hatte gute Tage mit dir und jetzt will ich es auch in bösen Tagen tun. Und ich finde, Hiob ist darin ein Vorbild. Ein Vorbild für Anfechtung. Wenn uns alles genommen wird, weil Hiob sich in all dem weiter an Gott festklammert. Und vielleicht ist es genau heute für dich dran, zu sagen, ja, ich will es so machen wie Hiob. Ich will, egal was kommt, egal was mir gerade passiert, ich will mich an Gott festklammern. Ich will Gott lieben, einfach weil er mein Gott ist. Und nicht nur, weil er mir Geschenke gibt. Sondern weil ich eine Beziehung zu ihm habe, weil er mein Gott ist. Und gleichzeitig frage ich mich, warum heißt das hier in Vers 10, in diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Also warum wird das am Ende mit den Lippen so betont? Er versündigte sich nicht mit seinen Lippen. Da ist ja schon ein bisschen die Frage, okay, mit deinen Lippen hast du nicht gesündigt, Hiob. Aber wie ist es mit deinem Herzen? Also, welche Gedanken, Hiob, hast du in deinem Herzen über Gott? Ist das da auch alles so edel? Oder ist da ziemlich viel Wut, Frust? Oder eine dumpfe, kalte Gefühlslosigkeit? Hiob bekommt jetzt Besuch von drei Freunden. Drei Freunde, die alle an ganz verschiedenen Orten wohnen, aber trotzdem irgendwie ziemlich gleichzeitig von Hiob erfahren haben und wie es ihm geht, weil irgendwie sich ja schlechte Nachrichten immer ziemlich schnell rumsprechen, oder? Nicht zu laut sagen, aber wir Menschen erzählen ja manchmal schlechte Nachrichten weiter, weil man sich klamm und heimlich freut, dass es einem selber gerade nicht ganz so schlecht geht. Und man das los zumindest nicht auch hat. Die drei Freunde erfahren und machen sich auf den Weg. Und ich finde, am Anfang machen sie so viel toll und richtig im Umgang damit, wenn ein Freund leidet. Also so viel Vorbildliches. Allein schon, dass die sich überhaupt auf den Weg machen. Also ich kenne das von so vielen Menschen, denen es gerade sehr schlecht geht, weil sie vielleicht einen ziemlich harten Schicksalsschlag erlebt haben. Und die dann immer alle erzählen, mein ganzer Bekanntenkreis geht aus dem Kontakt. Die Leute wechseln die Straßenseite und haben auf einmal keine Zeit mehr und ganz wichtige Termine. Und gar nicht, weil die anderen das alle so böse meinen würden, sondern weil sie so unsicher sind, wie sie mit mir umgehen sollen. Und dann gehen sie aus dem Kontakt. Und die Freunde von Hiob machen das nicht. Die machen sich auf den Weg. Und als sie Hiob sehen, sagen sie nicht einfach nur mein Beileid, sondern sie zerreißen sich ihre Kleider. Und das steht symbolhaft für was, weil manchmal der Schmerz ja so groß ist, dass es uns nahezu die Brust zerreißt. Und sie sagen, Hiob, wir wollen Anteil nehmen an deinem Schmerz. Wir zerreißen uns unsere Kleider. Wir setzen uns mit dir in die Asche, in den Staub. Da, wo du gerade bist, wollen wir mit dir sein. Und das nahezu Beste ist, was sie machen, sie texten Hiob nicht zu. Weil ihr kennt das ja, wenn Leute so Wahrheiten haben oder so Ratschläge, wenn es einem schlecht geht. Das ist dann manchmal sehr gut gemeint, aber im Resultat oft ziemlich zynisch. Und die halten ja einfach mal die Klappe. Die texten Hiob nicht zu. Und das ist toll. Und gleichzeitig, das kann man so oder so lesen. Das ist, finde ich, ja nicht so eindeutig. Also wenn jemand mich sieben Tage anschweigt, man könnte es auch anders lesen, dass jemand so gar nichts zu sagen hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ja manchmal so, dass es einen total verletzt, wenn einen Menschen so zutexten, wenn man so empfindlich ist gerade. Aber es ist ja genauso schlimm, wenn jemand nichts zu sagen hat. Weil wir Menschen, gerade wir Christen ja davon leben, dass uns jemand was zu sagen hat. Also wir sprechen manchmal im Gottesdienst hier, Herr, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Weil wir glauben, dass es Worte gibt, die uns aufrichten. Und das brauchen wir. Und vielleicht ist das auch mit hier. So eine brutale Sprachlosigkeit. Und die hält Hiob am Ende nicht mehr aus. Und er schreit seinen Frust nahezu aus sich heraus. Und das ist dann das nächste, das dritte Kapitel. Und das reicht nun wirklich nicht mehr für dieses Video. Das ist Hiobs Anfechtung. Er verliert alles. Sein Reichtum, seine Kinder, seine Gesundheit, sein Partner fürs Leben und irgendwie am Ende auch seine Freunde, wenn man so das Hiob-Buch weiterliest. Und das ist Anfechtung. Und in dieser Anfechtung bleibt Hiob Gott treu. Wobei, ehrlich gesagt, was ist eigentlich die größte Anfechtung in dieser Geschichte? Ich finde ja, die größte Anfechtung dieser Geschichte ist, welches Licht sie eigentlich auf Gott wirft. Also mal ganz platt gefragt, so wie Gott sich hier präsentiert, ist er dir da eigentlich sympathisch? Ist das ein Gott, an dem du dich gerne festhältst? Ein Gott, der so mir nichts, dir nichts einfach mit der Gesundheit von Hiob spielt? Ein Gott, der Kinder tötet, um Hiob zu testen? Bitte? Und das ist ja, finde ich so krass, wenn man sich diesen Dialog anschaut zwischen Gott und dem Satan, wer da eigentlich die Initiative ergreift. Und ich finde, man merkt, dass Gott es ist, der die Initiative ergreift. Also Gott setzt den Namen Hiob auf die Tagesordnung, nicht der Satan. Und man kann sich ja schon fragen, ey Gott, hättest du geschwiegen? Vielleicht wäre es mit Hiob anders weitergegangen. Musste das sein? Ist Gott so? Ist Gott nur so, wie er sich hier stellt? Also ich glaube, dass Gott nicht nur so ist, wie am Anfang dieses Hiob-Buches. Und das entfaltet das Hiob-Buch selbst auch. Ganz am Ende des Hiob-Buches heißt es, oder vereinfacht gesagt, sagt Gott, ey, ich bin viel größer und ganz anders, als du dir denkst, Hiob. Und ich habe meine Gründe für mein Handeln und die verstehst du nicht. Nein, ich bin größer und anders. Ich glaube auch größer und anders, als er sich hier zeigt. Aber ich glaube, dass die Geschichte ganz bewusst am Anfang so erzählt ist, wie sie eben erzählt ist, weil wir Menschen ja manchmal Gott so erleben. Als einen, der sich vielleicht gar nicht so richtig um mich kümmert, für mich interessiert. Es gibt, finde ich, ein ganz berührendes Paul-Gerhard-Lied in Altes, Befiehl du deine Wege, schaut euch mal gern den Text an. Da gibt es eine Strophe, die sagt vereinfacht, manchmal stellt sich Gott so, als würde er sich nicht für mich interessieren. Als frag er nicht nach dir, dichtet Paul-Gerhard. Sehr anrührend. Und das erleben wir Menschen manchmal so. Und das ist dann wirklich die größte Anfechtung. Und sich da an Gott festzuklammern. Wenn man an Gott verrückt wird, das ist manchmal Christ sein. Wenn ich an Gott verrückt werde, mich trotzdem an ihm und seinem Versprechen festzuhalten. Und das machen wir Christen jetzt in der Fastenzeit, in der Passionszeit, in den Wochen vor Karfreitag. Wo wir immer wieder an den Gott gucken, der sich am Kreuz zeigt und sagt, hey, wenn du an mir verrückt wirst, schau darauf, wie ich mich am Kreuz zeige. Schau, wie meine Liebe ist, wie groß mein Herz für dich ist und wie mein Herz für dich schlägt, dass ich bereit bin, alles für dich zu tun, für dich an ein Kreuz zu gehen. So groß ist meine Liebe für dich. Und wenn du an mir verrückt wirst, halte dich daran fest. Und ich finde, das wird mir an einem kleinen Satz so deutlich aus diesem zweiten Kapitel des Hiob-Buches. Ich lese euch noch einmal den fünften Vers vor. Da sagt der Teufel, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Also das ist so eine Wahrheit, die hat der Teufel einfach über uns Menschen gelernt. Wir sind uns selbst immer die Nächsten. Unser Leben geht vor alles. Wir würden alles aufgeben. Wir würden alles tun, solange wir unsere eigene Haut retten, unser eigenes Leben. Und dann kommt ein Mensch, der sagt am Vorabend seines Todes zu seinen Freunden, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Dann kommt der eine Mensch, für den das nicht gilt, dass ihm seine eigene Haut die nächste ist. Sondern der bereit ist, alles zu geben für seine Freunde, um sie zu gewinnen. Für dich. Und wenn wir an Gott verrückt werden, wenn uns die größte Anfechtung trifft, dann klammern wir uns an diesem Freund fest, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der sein Leben für mich, für dich gegeben hat. Amen.